hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen sondersendung normalerweise geht es auf meinem kanal ja um star citizen doch dieses video hier wird direkter und persönlicher als ihr das von mir gewohnt seid denn wir müssen mal reden heute ist der 31 märz und wer nicht gerade geburtstag hat happy birthday an dieser stelle oder was anderes wichtiges vorhat für den ist das wohl ein tag wie jeder andere auch für mich ist das ein tag an dem ich gerne auf das zurückblicke was sie im leben hinter mich gebracht hat denn der 31 märz das ist der transgender day of visibility also der tag im jahr in dem sich viele trans menschen öffentlich zeigen damit wir gesehen und gehört werden für mich ist das die passende gelegenheit um dieses video hier zu veröffentlichen jetzt muss ich allerdings erstmal kurz ausholen damit alle auf dem gleichen stand sind also bleibt dran vor einiger zeit viel abends mal beim zocken der spruch transgender sind ja wie veganer die müssen das auch jedem erzählen und auch wenn ich erst schmunzeln musste weil derjenige nichts von meinem trans sein wusste so habe ich später über den spruch einfach mal nachgedacht und ja habe damit gemerkt dass da einfach was nicht stimmt ich weiß genau das wurde nicht aus böser absicht gesagt aber es ist wirklich das perfekte beispiel warum sagen trans menschen so häufig dass sie trans sind das ist die frage die man sich eigentlich mal stellen sollte das liegt wohl daran dass von uns häufig irgendwelche erklärungen gefordert werden auf die keiner an anrecht hat und bevor dann schon wieder jemand fragt sagen manche das eben gleich heraus was mich angeht ich sag das für gewöhnlich nichts dabei gehe ich davon aus dass die menschen mich so akzeptieren wie ich bin denn nichts anderes sollte zählen ich bin anne oder online eben einer ist punkt räumen wir mal mit ein paar vorurteilen auf trans zu sein dass es keine entscheidung die man aus seiner laune heraus trifft keine ideologie die euch oder eure kinder zu transgendern machen soll und es ist auch nichts was man sich aussuchen kann es ist auch keine phase und keine sprüche wie mach dir das make-up weg schneid deine haare ab oder du brauchst ja nur eine freundin werden daran je etwas ändern es ist vielmehr ein gefühl das tief in einem verwurzelt ist dass man schon früh in seinem leben spürt erst mit dem heranwachsen versteht und irgendwann auf diesem weg weiß man dass die geschlechterrolle die man von geburt an zugewiesen bekommen hat falsch ist ob und wann man sich dann outet das ist eine frage des leidens druck doch jedes outing hat seine konsequenzen oft genug haben familie und freunde schwierigkeiten mit einem outing es kann zu problemen mit schule arbeitgeber und dem gesamten umfeld führen dann wären dann teilweise noch demütigende prozeduren untersuchungen gutachter die man über sich ergehen lassen muss und noch einiges mehr und das habe ich jetzt echt noch freundlich ausgedrückt klar sollte aber eigentlich sein aus spaß macht das keiner freiwillig so sehr man es sich auch wünscht unsere gesellschaft hat noch oft genug probleme mit der akzeptanz und auch was die gesetzgebung angeht gibt es in deutschland noch deutlichen nachholbedarf auch wenn ich mich glücklich schätzen darf nur wenige verluste auf meinem weg gehabt zu haben so habe auch ich ein paar dinge erlebt die es niemandem wünschen würde sicher ist allerdings nichts ist nach einem outing so wie es vorher war und das trifft ein bisschen natürlich auch auf dieses video hierzu doch es ist mir wichtiger hier einmal luft zu machen so dass ich es wohl verkraften würde sollten einige meiner abonnenten abspringen oder mich jemand anders behandeln also das vorher auch getan hat ich bin nicht auf abos likes und shares angewiesen und kann auch selbst bestimmen mit wem ich etwas zu tun haben möchte und mit wem nicht meinen kleinen channel hier betreibe ich weil ich freude daran habe auch wenn die manchmal echt vergehen kann wir gleich noch sehen werdet also kommen wir mal zum punkt mit mir kann man viel spaß haben sicher auch weil ich mich nicht all zu ernst nehme doch es gibt eine klare grenze an der auch mein verständnis ein ende findet die ist definitiv überschritten sobald man beleidigen wird auch wenn der überwiegende teil meiner zuschauer wirklich super lieb ist dankeschön dafür so gibt es auch eine schatten seite weshalb ich hier mal eine klare linie ziehe ich zeige euch jemand ein paar nachrichten die ihr oft nicht zu sehen bekommt das hat irgendwann mal mit harmlos wirkenden kommentaren angefangen und hat sich dann weiter aufgeschaukelt dummes zeug lasse ich für gewöhnlich unkommentiert stehen einiges melde ich aber auch und anderes blende ich aus wenn es mir zu blöd wird manche dinge möchte ich eben nicht unter meinen videos haben und auch sonst nirgendwo lesen müssen nicht nur bei youtube sondern auch auf anderen plattformen scheint sich manch einer anonym und stark vorzukommen und oft genug wird dann völlig enthemmend geschrieben seit etwa einem jahr häuft es sich dann und wird auch immer aggressiver vermutlich hat das auch was mit corona lockdowns und dem home office zu tun aber das ist keine entschuldigung natürlich melde ich solche nachrichten in plattform betreibern und die user werden blockiert denn sowas geht absolut gar nicht wie ein outing hat eben auch hate speech seine konsequenzen und was möchten diese leute bitte schön damit erreichen denn offenbar haben die leute eine völlig falsche vorstellung trans zu sein das bedeutet dass man den mut und die kraft hat sein eigenes leben in die hände zu nehmen und zu ändern das macht mich nicht angreifbar sondern zu einem menschen der selbstbewusstsein weg geht kein noch so blöder kommentar kann daran irgendetwas ändern aber was sagt das wohl über die leute aus die solche kommentare abgeben ich frage mich ob das einfach nur sexuell verunsicherte würstchen sind deren horizont nur bis zur nasenspitze reicht die dann zu solchen mitteln greifen warum muss man solchen scheiß von sich geben und kann andere nicht in ruhe leben lassen die star citizen community ist einer der freundlichsten bei der ich je teil sein durfte und darüber bin ich wirklich froh hier wird sich im großen ganzen geholfen und meist herrschen freundlicher tun doch scheinbar gibt es wie überall auch hier leute die ein problem damit haben wenn jemand anders ist als sie das gerne hätten oder verstehen könnten aliens sind okay aber wehe du bist transgender man wird ja wohl noch sagen dürfen was man wirklich denkt das gilt eben nur so lange wie es niemand beleidigen oder verletzen soll Hass und Hetze fallen da nicht runter und es ist mir auch egal ob es dabei gegen transgender schwul lesbisch hautfarbe religion herkunft was auch immer geht es geht einfach nicht wir sind alle nur menschen und das sollte auch mal in den köpfen ankommen es gibt viel mehr das uns verbindet als das was uns unterscheidet für transgender im speziellen bedeutet dass wir wollen keine sonderbehandlung behandelt uns aber einfach mit dem respekt jeder frau oder man im umgekehrten fall auch wobei ich hier nonbinäre menschen natürlich auch nicht ausschließen möchte im zweifelsfall verhaltet euch doch einfach so wie ihr auch behandelt werden möchtet und ich glaube kaum dass das beleidigend sein soll ich werde jetzt nicht behaupten dass ich hier für alle trans menschen spreche denn auch dort gibt es eine vielfalt an charakteren und meinungen aber glaubt mir niemand möchte beleidigt werden da sind wir uns sicher einig und nicht jeder muss diesen teil seines lebens mit anderen teilen weil das vollkommen okay ist wenn er es nicht sagt dass ich mal ein video zu dem thema mache hätte ich auch nicht gedacht aber wenn keiner was sagt dann kann sich auch wenig ändern was ich mir von euch wünschen würde ist dass ihr dazu beitragt dass hate speech keinen platz in unserer mitte unserer community hat das geht also raus an dich und irgendwie an jeden setzt ein zeichen für vielfalt und toleranz und zeigt solchen menschen ihre grenzen auf ob das video hier dazu beiträgt weiß ich nicht aber ich würde mich natürlich freuen aber hass ist keine meinung das geht auch nicht was was w w w w w w w w w